Wir alle wollen Frieden, wir alle wollen Erlösung, wir alle wollen, ich möchte sagen, unser Selbst oder unsere Heiligkeit oder unser Licht erfahren. Und wir müssen wissen, dass unser Glauben eine enorme Macht hat. Ja, und letztendlich ist unser Glaube das Einzige, was uns daran hindert, den Frieden zu erfahren. Ich bin überzeugt, dass ich es nicht kann. Das ist so tief in uns angelegt, dass wir erschrecken werden, wenn wir dies in uns entdecken. Ich bin davon überzeugt, dass ich mich nicht als der Christus, als das Selbst, als die Liebe erfahren kann. Ich bin davon überzeugt, dass ich nicht erwachen kann. Diese Überzeugung ist das Einzige, was uns daran hindert, zu erwachen. Unsere Überzeugung, dass wir es nicht schaffen. Dass wir unwürdig sind. Dass wir dem noch nicht gewachsen sind. Dass wir viel zu schlecht, viel zu viele Fehler gemacht haben. Wenn du willst, schaue dir das genau an und finde diese Überzeugung in dir. Es ist wichtig, dahin zu schauen und dies dann deinem Heiligen Geist zu übergeben. Ich möchte diese Überzeugung nicht mehr. Ich brauche sie nicht mehr. Denn ich möchte Erlösung wirklich erfahren. Wie uns Jesus sagt im Kurs im Wundern, die Erlösung steht dir in diesem Augenblick zur Verfügung. Und dieses Etwas, das sich Du nennt, kann es nicht. Aber die Heiligkeit oder das Selbst, das du bist, das kann es. Sehr wohl. Und solange der Mensch auf seine Persönlichkeit, auf seine Körperlichkeit und Begrenztheit, an die er glaubt, dass er sie ist, solange er sich damit identifiziert, solange sind wir überzeugt, dass wir es nicht schaffen. Erwachen schaffen wir nicht. Ich beschäftige mich, oh, ich beschäftige mich schon so viele Jahre mit dem Kurs und es funktioniert nicht oder ich kann es noch nicht oder ich habe es nicht verstanden. Es hängt an deiner Überzeugung, ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht. Wir sind indoktriniert. Wir sind einer Täuschung, unterlegen einem kleinen Irrtum, einen kleinen Denkfehler, den wir hier korrigieren können. Aber dieser kleine Denkfehler hat eine enorme Auswirkung. Wisse, dass wir mit dem Geist Gottes, dass wir den Geist Gottes nutzen, um einen Traum der Illusionen wahrzumachen. Und schau mal, wie viele Jahrhunderte und Jahrtausende und seit Anfang der Zeit uns genau diese Überzeugung blendet. Dieser Denkfehler blendet. Und wir sind darauf konditioniert und wir glauben es. Also wir sehen, dass unsere Gedanken, unsere Assoziationen, unsere Überzeugungen, unser Glaube eine enorme Macht hat. Eine Macht über dich hat. Bist du bereit, dies zu akzeptieren? Das einzige Problem ist letztendlich, dass wir von uns selbst überzeugt sind. Und wenn wir so sehr von uns überzeugt sind, von unseren Schwächen und unserer Kleinheit, dann ist unsere wahre Größe nicht zugänglich. Also das Problem, um es kurz zu machen, um es noch einmal zu definieren, das Problem liegt nicht außerhalb von dir, das Problem bist du. Und was müsstest du tun, um dieses Problem zu beenden? Um mit diesem Zweifel, der an dir nagt, fertig zu werden? Wenn du dies deutlich sehen würdest, dass das Problem wirklich nur, ausnahmslos nur du bist, dann würdest du mit diesem Kurs im Wundern ganz anders umgehen. Du würdest ihn auf eine Art und Weise öffnen und mit dem Arbeiten wollen, die dich befähigt, jede Information, jeden Satz, jedes Wort, jede Lektion zu empfangen. Aber der Zweifel ist es, der dich verführt. Ja, tatsächlich, er verführt dich. Er betürt dich. Und er ist Teil deines Glaubens über dich selbst. Deine Meinung über dich selbst. Ja, und guck nochmal hin und schau mal, wie schädlich diese Gedanken sind, die du über dich selbst denkst. Sie halten dich in Trennung. Schau, wie sehr du dich getäuscht hast. Erkenne bitte, wie sehr du dich getäuscht hast. Wenn du die Wahrheit erkannt hast, gibt es nur noch Wahrheit. Wer in der Wahrheit ist, der vergisst den Körper. Er ist nicht mehr den ganzen Tag mit Körpergedanken beschäftigt. Als wir eingeladen wurden, gestern die Lektion zu machen, fällt mir gerade ein, die... Ich sehe keine neutralen Dinge. Ich sehe, ich stand so am... Ich hatte gerade eine Wartezeit und stand so gemütlich vor mich hin und habe diese Lektion praktiziert. Ich sehe keinen neutralen Busch, weil meine Gedanken über Büsche nicht neutral sind. Ich sehe keinen neutralen Mülleimer, weil meine Gedanken über Mülleimer nicht neutral sind und so weiter. und plötzlich lief ein Mann über die Straße, Zigaretten rauchend und... Ja, ich hätte über diesen Mann irgendetwas denken können, aber ich habe diese Lektion praktiziert. Ich sehe keinen neutralen Menschen, weil meine Gedanken über Menschen nicht neutral sind. Dann habe ich die Augen geschlossen und habe die Lektion nachgespürt. Ich wollte fühlen, was diese Lektion mit mir macht. Und dann hatte ich diesen Mann in Erinnerung und plötzlich hat er sich... war mein altes Bild über diesen Mann nicht mehr existent und er hat das Licht ausgestrahlt. Und dieses Licht, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, hat sich in Windeseile, also direkt in diesem Augenblick auf mich ausgedehnt. Und ich war in einer so großen Freude mit diesem Mann, der sonst irgendein beliebiger Mann gewesen wäre. Und da ich die Lektion praktiziert habe, habe ich ihn als Licht erkannt und ich habe mich durch ihn selbst als Licht erkannt. Und so war ich nicht mehr in irgendeiner Wartezeit, sondern in einem heiligen Augenblick mit diesem wunderschönen Licht. Und dieses Licht konnte ich dann eben auch in dem Busch, in dem Mülleimer und in allem, was mich umgibt, erkennen. Durch diese Empfänglichkeit und durch das Aufgeben der Blockaden in meinem Geist, da lief nicht ein Mann etwas behäbig über die Straße, sondern der Repräsentant Gottes. Und wenn ich das, was ich auf die Welt geschrieben habe, wenn das im Vordergrund ist, dann werde ich dieses Licht nicht sehen können. Und ich bin jetzt, während ich mit dir spreche, immer noch in diesem freudigen Anblick. Auch mit dir. Ich kenne dich nicht persönlich, aber ich kenne dich als das Licht, das du bist. Und in diesem Licht werden wir uns erkennen. Wir sind gesegnet als das, was wir sind. Gott geht immer mit dir, egal wohin du gehst. Ja, und wie soll ich sagen, dieser Kurs, der nimmt all diese Zweifel von uns, von denen ich vorher gesprochen habe. All diese Ideen nach, ja, ich mache und ich kann nicht. Ich kann es nicht. Ich bin nicht dafür geeignet. All das wird irgendwann von dir genommen, weil, wie gesagt, es sind ja nur deine Bilder. Es ist niemals irgendjemand außerhalb von uns. Wenn der Bogenschütze das Ziel verfehlt, dann ist es nicht das Ziel, sondern der Bogenschütze, der sich justieren muss. Und erneut möchte ich wiederholen, es ist nur ein kleiner Gedanke, der fehlgeleitet ist und an den wir glauben. Wir sind ein Geist. Wir sind ein Licht. Und dein Selbst wird dich daraus befreien, wenn du empfänglich für die Lektionen bist. Betrachte diesen Kurs in Wundern auf eine völlig neue Art und Weise. Er ist nicht mehr irgendein herkömmliches Buch, das du liest und wo du vielleicht noch deine persönlichen Dinge retten kannst oder wo du noch irgendetwas bekommen kannst, das du dir so sehr wünschst. Dieser Kurs ist uns gegeben, um uns zu erlösen. Um uns aus unserem Traum der Angst und der Sorgen und der Konflikte herauszuführen. Und was machen wir in einem so erfüllten Geist? Da sind wir nur in Freude. Und diese Freude teilen wir mit der ganzen Welt. Mit jedem Menschen teilen wir diese Freude. Und je mehr wir sind, die diese Freude teilen, desto leichter wird es uns gelingen, zu erwachen, ja, wir gehen gemeinsam. Aber den Job hast du schon zu machen. jeder von uns hat einfach einen so kostbaren Tag, eine so kostbare Stunde, eine so kostbare Minute, die wir nutzen sollten, um unser wahres Selbst zu erfahren. Ja, wenn wir die Wahrheit erkannt haben, gibt es nur noch die Wahrheit. Und wir werden und wir wollen uns nur noch daran orientieren. Wir haben mit einem falschen Denken gelebt und sind nun an dem Punkt, um unser Denken wieder zu verlernen. Und je freudiger du verlernst, desto schneller lernst du. Und deshalb versetze dich immer in den Zustand der Freude, wenn du mit diesem Buch oder diesen Lektionen arbeitest. Ich sage es deshalb, weil ich kenne diese Phasen, wo wir glauben, oder zumindest ich habe lange, wirklich Jahre geglaubt, ich bin zu blöd für diesen Kurs. Ich bräuchte irgendeinen besonderen Abschluss. Irgendwie bin ich nicht intelligent genug, diesen Kurs zu praktizieren. Weil ich über Jahre nicht verstanden habe, was hier formuliert wurde. Und das hing damit zusammen, weil ich die Freude nicht eingeladen habe. Weil ich mich nicht als Mitschöpfer gesehen habe, sondern immer noch als Opfer und als Kleiner, der irgendwo hier überleben muss. Und du kannst dir erneut Jahre des Lernens einsparen, indem du diesem hier nachfolgst. Heiliger Geist, ich möchte mit dir diesen Kurs lehren und lernen. ich möchte heute in die Erfahrung kommen, was diese Lektion beinhaltet. Und du siehst, was für ein Unterschied es ist, ob ich mit Zweifel an die Lektion herangehe, oder ob ich mich in Freude daran setze. Jedes Kind, das lernen will, ist in Freude. bis es etwas anderes erfährt, aber das ist wieder eine andere Sache. Betrachte diesen Kurs völlig neu, er hat dir so viel zu geben. Und während ich mit dir spreche, dieser wunderbare Mensch, dieser Abfalleimer und dieser Busch, dieser leuchtende Busch, immer noch in meinem Geist, so wie die ganze Welt. Und es ist nur und es hat sich nichts verändert. Es ist ein Wiedererinnern, ganz sanft. Es ist so erstaunlich und offensichtlich, dass man sich wirklich wundern muss, wie konnte ich mich nur so täuschen? Ja, die Lektion heute, ich erfahre die Wirkungen meines Sehens nicht allein, ist sehr effektiv und sehr interessant. Der heutige Leitgedanke ist ein weiterer Schritt beim Lernen, dass die Gedanken die das hervorbringen, was du siehst, niemals neutral oder unwichtig sind. Er betont auch die Idee, auf die später immer mehr Nachdruck gelegt wird, dass Geister verbunden sind. Und das bedeutet, dass jede Erfahrung mit allen geteilt wird. Und eine andere Möglichkeit, dies zu formulieren, besteht darin, zu sagen, dass es nur einen Geist gibt. Wenn wir verbunden sind, dann gibt es ja nicht deinen Geist und meinen Geist, sondern nur einen Geist. Und viele haben Angst davor, in diese Erfahrung zu gehen, denn man gibt ja eine künstliche Individualität auf. Eine Persönlichkeit, ein Du mit einem Namen. Aber ist es denn ein Opfer, ein Du mit einem Namen, das stirbt, krank wird oder Mängel hat oder Beziehungskonflikte hat? Ist es denn schlimm, dies aufzugeben? Ist es eine Katastrophe, dies aufzugeben? Das sollten wir doch freudig tun. Stimmt's? Und in unserem getrennten Zustand setzen wir unser Gehirn, also das Gehirn des Körpers mit dem Geist gleich. Und natürlich macht es Sinn, dass unser Geist vom Geist eines anderen getrennt ist. Und der Kurs lehrt uns, dass es sich genau anders herum verhält. Wir sind einer auf den Kopf gestellten Wahrnehmung unterlegen. Es gibt nur einen Lichtgeist, so möchte ich sagen. Und um diesen Lichtgeist zu erfahren, müssen wir nun mal unsere Gedanken, die wir auf jedes Ding gelegt haben, sei es eine Wand, ich sehe keine neutrale Wand, weil ich keine neutralen Bilder und weil ich keine neutralen Gedanken über eine Wand habe, genauso über einen Berg, über eine Wolke, über den Himmel. Ich habe überall meine Gedanken, überall meine persönlichen Gedanken und wir verteidigen diese Persönlichkeit. Wir haben ein bestimmtes Konzept über diesen Mann, eine bestimmte Idee, gepflegt, ungepflegt, dick, dünn, hoch, schlank, irgendetwas, gut aussehend, was weiß ich, was uns alles einfällt. Und jeder hat diesbezüglich eine persönliche Geschichte dazu. Und so erzählen wir uns ständige Geschichten über irgendeine Person, über irgendein Ding. Wie wir vor einigen Lektionen gehört haben, die Wahrheit liegt darunter. Die Liebe liegt darunter. Das Licht liegt darunter. Und ich kann überhaupt nicht formulieren, wie schlicht und einfach die Erfahrung dieses Lichtes ist. So lassen wir alle Zweifel dahingehen. Wir wollen nicht mehr glauben, dass wir es nicht können. Wir wollen uns freudig an die Lektion heranmachen. Wir wollen den Kurs in Wundern freudig öffnen. Wir wollen den Lektionen freudig zuhören. wir wollen unser altes Denken und Lernen wirklich nicht mehr hereinbringen. Denn wenn wir sehen, dass wir die Wirkungen unseres Sehens nicht allein erfahren, dann ist dies ein freudiges Ereignis. Die Wirkung deines Sehens, also die Wirkung, wie du auf einen Menschen schaust, das erfährst du nicht alleine, das teilst du mit der ganzen Welt. Wie gesagt, wir werden das noch später tiefer betrachten. Also wir können nicht alleine unser Sehen, wir bilden ein, wir sehen das alleine und können beurteilen, wir sehen den Partner zum Beispiel. Du siehst jeden Tag vielleicht deinen Partner und glaubst, du kannst ohne weiteres auf ihn deine Gedanken projizieren und keiner merkt es. Hm, das solltest du dir nochmal überlegen, ob das wirklich stimmt. Was wäre, was wäre, wenn du jetzt annehmen würdest, dass du diese Information, dass du diese Wahrnehmung, die du mit deinen Eltern hast, mit deinen Kindern, mit deinen Partnern, zum einen die ganze du dies mit jedem teilst und zum anderen könntest du genauso auch ein Blatt Papier nehmen, angenommen du würdest, du denkst, oh, mein Partner ist zu dick, zu faul. du könntest ein Blatt Papier nehmen, es aufschreiben und ihm zeigen. Das ist es, was ich von dir denke. Angenommen, du denkst von deinen Eltern, sie waren tyrannisch und irgendwelche Geschichten, wer weiß, was du denkst, könntest du genauso gut ein Blatt Papier nehmen und ihnen zeigen, das ist das, was ich über dich denke. Wir erfahren es nicht alleine. Letztendlich empfangen wir ständig Gedanken über irgendeine Person und einem Gedanken wird erst Kraft verliehen, wenn wir ihm Glauben schenken, eine Aufmerksamkeit schenken. Sobald wir ihm Aufmerksamkeit schenken, wird dieser Gedanke belebt und manifestiert sich. Auf irgendeine Art und Weise. Und natürlich besteht die Möglichkeit durch die Lektion die Gedanken zu entfernen, sodass du die Wahrheit darunter siehst. Und natürlich ist es so, dass was ich in meinem Geist als wahr erachte, teile ich mit jedem, teile ich mit jedem, weil wir eins sind. Und so wollen wir heute sehr darauf achten, was wir denken, was wir wahrnehmen und welche Wirkungen wir erfahren wollen. Ja, so mächtig bist du. Also du erfährst deine Wahrnehmung, du erfährst das, was du über deinen Partner, über deinen Chef, über egal, über wen, das erfährst und nicht alleine. Großartig, oder? Das ist so eine, das ist für, kann für viele sehr unangenehm sein, was hier jetzt formuliert wurde oder wie es hier dargestellt wurde oder was uns die Lektion zu geben hat, aber es ist immens wichtig, dies sich genau anzuschauen. Ich erfahre die Wirkungen dessen, wie ich dich sehe, nicht alleine. Ich erfahre die Wirkungen, wie ich über den Politiker denke, nicht alleine. Ich erfahre die Wirkungen, wie ich diesen Baum betrachte, nicht alleine. Und jetzt kann ich mich entscheiden, durch welchen Geist möchte ich diesen Baum sehen. Wenn wir einen Baum betrachten, fällt es uns leicht, die Schönheit darin zu sehen, oder wenn wir eine Blume sehen. Weil wir glauben, dies ist etwas Lebendiges. Gibt mir sogar etwas, wenn ich mich dementsprechend einstimme. Das Gleiche praktizieren wir mit jedem Menschen, der uns begegnet. Ja, mit jedem Ding, mit jedem Busch und mit jedem Abfalleimer. Und jeder Abfalleimer kann dich heute in das Erwachen führen. so wie jede Tasse, so wie jeder Mensch, so wie jede Wolke, so wie jeder Stern am Himmel, so wie jeder Kranke oder Sterbende, so wie jeder Stein, der am Wegesrand liegt. Du erfährst die Wirkungen, wie du diesen Stein siehst, nicht alleine. Du erfährst die Wirkungen, wie du diesen Hundehaufen siehst, nicht alleine. Genauso wenig wie die Orange oder die Banane oder das Smartphone. Viele verteufeln Smartphones. Du erfährst die Wirkungen nicht alleine. Viele sind gegen Technik. Du erfährst die Wirkungen nicht alleine. Schau dir das alles an. Schau es dir empfänglich an. Und sei bereit zu lernen. Bring nicht deine alten Argumente hinein. Denn, wie wir wissen, sie sind bedeutungslos, haben aber dennoch ihre Wirkungen. Bedeutungslose Wirkungen, die wir jedoch immer noch als bedrohlich empfinden können, weil wir glauben, dieser Körper zu sein, in einer Welt der Körper, die begrenzt sind. Welt. Welch freudige Lektion. Denn sie macht uns bewusst. Die Verantwortung liegt absolut nur bei mir, wie glücklich ich heute diesen Tag begehe. Stimmen wir uns auf, stimmen wir uns ein auf das Glück Gottes. Es ist nicht schwierig. ich stimme mich ein auf das Glück Gottes. Und wie du weißt, wird eine Stimmgabel mit 390 Hertz eine andere Stimmgabel mit 390 Hertz zum Schwingen bringen. Und Gott, der ständig Liebe sendet, auf den musst du dich nur noch einstimmen. Auf diese Frequenz nur noch einstimmen. Ich bin jetzt eingestimmt auf die Liebe Gottes. Ich bin jetzt eingestimmt auf das Glück Gottes, auf das Licht Gottes. Und so begehe ich den Tag und ich teile dieses Licht und dieses Glück mit jedem, der mir begegnet. Und jeder wird mir dankbar begegnen. Und das teile ich heute mit der ganzen Welt. Ich bin , bin Gott, bin , bin , bin , bin , bin , bin , bin bin Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020